Hallo, grüß euch. Ich melde mich wieder mit meinem Trek Bar Fly FS9. Ich habe jetzt so knapp 1000 Kilometer drauf. Ja, fahren tue ich eigentlich erst seit Ende Oktober. Einen kurzen Überblick über die letzten 1000 Kilometer haben wir mir gezeigt, dass das Bike, ehrlich gesagt, ein richtig guter Allrounder ist. Ich habe schon im Test ein bisschen vorher erwähnt, im normalen Test. Ja, im Nachhinein betrachtet, finde ich es vielleicht ein bisschen schade, dass es nicht die Version ist mit 150 Millimeter wieder weg. Aber im Grunde genommen, lässt sich mit dem Radl wirklich alles eigentlich fahren. Also, ihr seht ja bei den Videos, die wir so fahren. Was wir so fahren, ich sage einmal so, ich glaube 95 Prozent der Bike, die fahren und die ja gerne so fahren würden. Für die würde eigentlich ein Bike so ein rounder wie so ein Trek zum Beispiel. Scotty ist auch relativ gut. Ähm, würde ich das schon in die engere Auswahl nehmen. Also, jetzt mittlerweile nach die 1000 Kilometer habe ich mich mit der SRAM, mit der EX1, komplett angefreundet. Ich finde das echt irre, weil ich ja einige Kipfel gefahren bin, die ich früher mit der normalen XT gefahren bin. Ähm, wo ich schon absteigen habe müssen und jetzt einfach durchfahren kann. Die Ketten ist eigentlich für die Verhältnisse auch noch immer recht gut. Normal bei Bosch, beziehungsweise bei Shimano, habe ich da schon tauschen müssen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die Bremsbackeln gewechselt gegen die etwas besseren. Sie sind zwar etwas lauter, aber nur zu Beginn, wenn sie einmal warm sind, das ist überhaupt ein Merkmal von SRAM, sagen wir es so. Ähm, desto wärmer die Bremsen wird, desto besser bremst sie eigentlich. Ja, also wie gesagt, ich bin mit dem Radl also rundum wirklich super versorgt. Es läuft auch recht gut. Vorne habe ich jetzt noch wenig drauf. Hinten den Serienreifen, das passt. Passt auch bei den Witterungen. Reifendruck fahre ich jetzt mit meinem Systemgewicht. Ja, ich liege so bei 120 Kilo mit Fahrrad und so weiter. Ja, ich sage einmal knapp 140. Höchstgewicht, sagen wir so. Mit der ganzen Ausrüstung, selber wiege ich 106. Also ich fahre hinten 1,6 und vorne 1,5. Das passt eigentlich ideal für jedes Gelände eigentlich so ein Mix. Ja, also jeden, der sportlich unterwegs sein will, der eigentlich relativ viele verschiedene Touren machen will, würde ich das Radl echt empfehlen. Und zu anschauen könnt ihr es drinnen auch bei unserem Co-Partner in Klagenfurt, bei der Firma Mountainbiker. Die haben auch einiges zum Testen auch drin, das habe ich damals schon gesagt. Nutzt die Möglichkeit, fahrt einmal mit dem Radl. Ich werde sehen, also es hat eine irrsinnige Laufruhe. Es ist, das Gefühl ist irrsinnig gut drauf. Also man merkt sofort, wenn das Radl irgendwie überfordert wird. Überfordert wird es vielleicht ein bisschen oder wirkt es vielleicht ein bisschen in engen Spitzkerndownhill-Passagen, wo es eigentlich mit dem langen Radstand, ja, etwas problematischer wird. Aber sagen wir mal ehrlich, wie oft kommt denn so eine Situation denn tatsächlich vor? Und 80, 90 Prozent bewegen wir uns auf guten Allmantenterminen oder Trails und da ist das Radl einfach ideal. Ja, probiert es jetzt aus. Ich finde es einfach klasse. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!